Es gibt eine Tatwaffe mit einer Verbindung zu Ihnen. Sie waren über die Leiche gebeugt. Ich habe keine Wahl. Ihre Waffe und Ihre Marke. Ein Polizist unter Mordverdacht. Ich will wissen, was hier vorgeht. Sie haben Ihren Partner getötet. Und wenn sich nicht etwas grundlegend geändert hat, werden Sie dafür angeklagt. Fünf Menschen werden als Geiseln gehalten. Sie wollen nicht reden? Dann werden wir hier warten, bis Sie es wollen. Und jetzt... Ich werde das Ultimatum nicht verlängern. ...will er nur noch mit einem Mann verhandeln. Holt mir Seidius! Ja. Ich kenne die Richtlinien für solche Einsätze, also stellt mich nicht! Keine Sorge. Er ruft wieder an. Sag niemals Nein zu einem Geiselnehmer. Steht im Handbuch. Sie denken, einen Mann zu töten, gibt Ihnen das Recht, mit mir zu verhandeln? Wir werden hier nicht weggehen, bis ich weiß, wer mich reingelegt hat. Hier sind offenbar nur Leute, die darauf aus sind, ihn umzubringen. Ich frage mich, warum das so ist. Chief, Schussmöglichkeit! Wir können es sofort beenden! Ihr wollt mein Blut! Holt es euch! Na los! Was ist? Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm! Ziel ein! Ich habe hier die Kontrolle. Nein, das haben Sie nicht! Samuel L. Jackson Kevin Spacey Verhandlungssache Heute gehe ich mit Sicherheit nicht in den Knast. Wird möglich. Wir haben hier eine Entspanne. Sie sehen, wie ihr das geschieht. Ich habe hierhin auch noch nicht!